Hoffe ich. Die Schlacht vom Finsterwald, da wo alles anfing. Heute bzw. gestern. Battle of Dark Fox. Voll gegen den Kopfhörer geboxt. Warum sind Bogenschützer instant voll immer? Das sind halt die einfachsten, wenn man so sieht. Nein, nicht. Wir sind halt Fährkämpfer, ne? Wenn du aimerst. Ich würde sagen, sind die schwersten. Ja, ne, würde ich nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Top-Frager-Protein äh, 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 Digits sind. Fährkämpfer. Kann man das sehen? Ne, kann man nicht. Was? Kann man, äh, ich hätte gedacht, man könnte das sehen, aber. Ja, denkst du? Ich weiß nicht, wie viel Treffer, du brauchst da bitte einen Kill machst. Ich gehe mal davon aus, dass ein Headshot ein Insta-Kill ist. Würde zumindest Sinn machen. Bei Mortau war es ja so. Der Helm auf, ne? Stimmt auch wieder. Was sind hier Feinde? Wir haben keine Angriffe, dass man keine Angriffe abbrechen kann. Kannst du? Blocken. Äh. Aber wir sind doch. Ja? Hallo. Einfach, wenn du angreifst, blocken. Nur natürlich nicht, wenn du schon mitten im Schlag bist. Dann geht's nicht mehr am Anfang. Ja. Wir sind bei dir im Spawn. Ne, ne, jetzt geht's nochmal. Ne, ich teile gerade aus. Oh, ich bin erster lol. Oh lol. Äh, was ist passiert? Das ist gleich. Da weiß ich auch nicht. Ja, ich hab, äh, ich hab Tab gedrückt und dann aus Versehen, äh, 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 Mausklick. Da kann ich nicht mehr da raus. Oh lol. Hier sind aber auch ein paar AFK bei uns. Über den aber auch irgendwie Spawn Camp Maltaten. Ach, ne, aber ne, tut sich wir nicht, äh, wir müssen ja die Barrikaden zerstören, stimmt. Oh lol. Okay, merken nicht frontal in die Spikes laufen, das tut weh. Als Bogenschütz, aber ich hab doch meine Flammen, meine Feuerbomben, oder? Die hat der, äh, die Vorhut. Lol, was macht er denn? Okay, dieser T-Lol-Killer, der scheint gut zu sein. Oder ich war einfach nur Kacke. Das kann sein. Ist beides, äh, möglich. Auf sie mit Gebrüll! Team Schaden-Haps-Tayla. Hat gebrannt, ich hab's ja unterschiedlich gesehen. falsch und schön schnellste sonne ja so schnelles kommentiert leichte schwert kibels geleid tippte war aber irgendjemand hat mich gerettet ich glaube nicht du ich habe auf dich draufgehauen kameraden schwein ich kämpfe ich kämpfe gerade gegen brayfarb ich habe auch zu sehen mein messer geworfen das war nicht gut das ist gegner der hobbeschützes werde ich in der nächsten runde das erste mal buch zu spielen das war mehr zu knapp hilfe ich bin gerade umzigelt also ich bin echt umzigelt ich nicht ich habe zweimal geschafft wegzulaufen so ich bin jetzt mal buchschütze jetzt bin ich mal gespannt okay an die ballistik muss ich mich erst gewöhnen oh ja die ist hart da du kriegst besuch ja leute ich habe nichts getroffen weder dich noch gegner ich habe gar nichts getroffen und wie gesagt die leute gegen 10 gefühlt warum ist einer hinter mir 50 schaden schlitzen schlitz schlitz ach du ist speziell angegriffen ganz vergessen stimmt das geht ja nicht über absprinden das stimmt neu habe ich auch vergessen gut dass du das tutorial gespielte muss ich dadurch schießen ich treffe halt nix ich treffe zur abwechslung nicht mal mates wo bist du ich beschütze dich wie habe ich jetzt ein teammate gekillt ach so weil er in die dinge dran gelaufen ist in meine falle voll ich war kurz vor arzten ich sehe dich da am schabitzeln woher es mal woher es mal 8 kills 16 bezwingungen acht tode ich habe mir gerade auch von 1 jordi body ich habe ein doppel gemacht der war nice warum steht er jetzt so ach weil ich keine ausdauer mehr ich habe die feuerschale gesetzt jetzt habe ich tatsächlich brandfeuer soll kann man irgendwie markieren eigentlich aber war doppel das habe ich auch gerade das ist immerhin da geht doch aber der war schick sowohl meiner als auch deren kann wenn wir eingesprungen kommen ist auch böse so schwer gerade guck mal kurz ob ich den der chat nervt mich wirklich ja der ist nicht angenehm und brauchen tut man denn jetzt nicht so wirklich chat deaktivieren aber das geht meistens auch gleich mal da kommt doch einmal ja wo kann ich denn das zu machen ui chat aktivieren ah danke als das schon macht deutlich werbefreundlicher jetzt kommen sie gar dich hole ich mir ja vielleicht doch nicht aber ich ja wir haben einen ganz schönen losing streak möchte ich mal anmerken lage ich dachte bei uns war nicht so schlecht wirkt auch nicht so als würden wir da massiv aufs baul kriegen aber wir haben sogar mehr kill war hier ein kill mehr ja wir waren zu langsam ja das overwatch problem wenn alle auf kills gehen und nicht auf objekt ist wir haben ja gut voll geschoben eigentlich naja die schlacht von coxwell also ggd das sieht im stream so aus als hätte ich ein bizeps alter ja sieht halt echt so aus zeig ich immer im video meine massiven uuh 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 den hab ich ja ah die bauern ja dann haben wir jetzt wasser hoch schleppen so ungefähr bauern ja wir sind bauern ja loll magst ich auch nicht hab die spitzacke ja weil ja auf die ritter auf das ritter gepöbel oh ich bin tot ich hab mich sehr für rüstung ja das passt jetzt auch mal zum stream titel bauern tölpel an die front ich treff nicht ich ziehe mich zurück ich bin erster ich bin tot ja ich bin auch schon längst tot wir müssen ein tor verteidigen glaube ich ne ja gegen die roten oder gegen die roten ne doch gegen die roten die roten wollen das oh du alter wurdest du da auseinander genommen ja ich wurde da runter geschubst ach ja es gibt ja auch schwere angriffe ne zu sich der streich ne äh einfach gedrückt halten ach so ja aber ich wollte vergessen oh ja mal eben okay gemacht damit ich werde schon wieder gegangt man sieges geheul blulululululululululululululululululululululululululul ich stehe dich ab wo bist du ich habe mich dran alter stehe ich halt fünf das war drei neue kommen sobald ich einen getötet habe ja das ist mehr als fünf geht es kann ich nicht machen am stück das sind wie polizisten hast du einen polizei kaputt kommt 25 neue was das hier sind auch mal schweine lol ich habe felsen ich glaube wir verlieren immer weil du mal irgendwelche sachen trägst ich habe das ist ja sinn ich kann ich hier steht ja ganz viele steine die kann ich hier runterfallen lassen ich glaube ich fass fassbier ja ich habe es fast weg hoch ich habe immer so fels und so blocker den kopf geworfen er ist tot ja ich fass war geil ich wurde gelobt vom gegner heiß weiß weiß was gut gemacht hier soll felsen kannst du nehmen gegner im kopf werfen ich habe mich am fass weiß moin wer will fassen sie laufen nach links auf sie allerdings rüber wie hat das nicht getroffen 60 leute dann können wir in der lobby voll machen kennst du so viele leute die werfen mit fessern zurück ich glaube ich bin tot hallo ich frage mich wie üblich das früher in echten mittelalter schlachten war dass man sich gegenseitig getroffen hat so mitten im getübel da liegt einer den steinig jetzt steinige ich oh leid der will auch einfach nicht aufhoben oh scheiße da komme ich raus außer zählen mails lauf einfach über den drüber lassen liegen typisch verräter park bist du ich lauf gerade an den bauern vorbei ich bin bei dem ding was wir verteidigen sollen also eins davon ich bin jetzt im stadtzentrum ja wir brennen tatsächlich ziemlich hart sogar nichts was ein einfaches verband nicht wieder beheben könnte ja komm da komm da komm da oh wir haben einfach geklaut war das dein Speer ne ok ich hab kein Speer ok ich hab grad den Speer aufgehoben der von hinter mir geflogen kam und hab dem fliehenden Gegner in die Hacke geworfen und er war tot ich bin ein killing machine oh ich bin in die in die Piken gegangen Weltrang erhöht Stufe 5 Klo gewonnen Guckenglas 4 5 5 warte das das aufs Klo gehen kann ich hab ein Wagenrad ich hab ein Gegner am Wagenrad am Kopf geworfen Best Game ever ich glaub ich bin tot ich sehe sehr ich wirke sehr tot ja bei mir stehen drei Leute vorm Klo oh kein Wunder dass wir verlieren das wird kaputt gemacht der Frauenschrei hört sich aus zu pannen nein du Mörder ich hab doch geblockt was willst du denn so das motiviert oh ich bin ich bin der beste ich schaue die kombos raus und ich weiß nicht mehr was ich tue ok beruhig dich mit Kuh habe ich gerade einfach mein Schwert umgedreht und mit der spitze äh bitte mit dem Griff gehauen das ging bei Mortau auch da kommt man ja auch die Waffe umdrehen ja verteidige das Gold verteidige das Gold oh sie brechen durch ups getötet ich habe auch jemanden getötet mit Feuer ich bin tot oh ich krieche ich fliehe oh ne hier auf sie mit que brule oh Awa Vie Ich bin Erster! LOL! Ich bin der beste Chivalry-Zwei-Spieler. Kronleuchter! Ich bin tot. Ich wurde vom Kronleuchter gekillt. Oh Scheiße, ey. Stimmt nicht, ich war ein Typ mit Kronleuchtern. Ja, dann haben wir einmal auf den Kopf gehauen. Dann war ich tot. Ja, du bist noch Vierter. Ich bin auch Vierter. Rang 4. Naja, das ist dein Spielerrang. Achso, hallo. Dann will ich mich pülen. Nee, nicht ganz. Aua, ich wurde gelobt. Ich lebe. Ich lebe! Was ist gerade passiert, Mann? Ups. Hä? 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 Ich benutze meine Maustasten, also die Daumen-Tasten belegt. Warum ist das desertieren? Ziel gescheitert. Ja, nicht so. Schwere Angriff. Habe ich auch. Desertieren. Ja, du musst... Warte nach vorne schnell. Du wirst respawnen. Ja, ich bin mitten im Kampf und ich ressortiere. Ich weiß nicht, was bei mir gerade passiert ist, das war merkwürdig. Oh, Brunnen! Ja! Sauerfreunde, jetzt geht's ab. Ja, da gibt's Fische. Ich bin direkt hinter dir. Das ist eine Lüge. Ja. Ja. Willst du den Zorn meines Fisches spüren? Nö. Ich hab den Fisch gegessen. Loll! Das wollte ich nicht. Was ist das eigentlich? Da kann ich zuhauen. Kann ich aber werfen. Aua, ich brenne. Ja. Überlebe den Angriff. Ja, nun. Ja, ich glaube lange Mai heute nicht mehr. Der ist ja auch schon spät, aber... Vorwärts spawnen, okay. Hä? Oh, wir sind Bauern. Schützt die Soldaten. Beschützt die Soldaten. Genau. Beschützt die Soldaten. Das ist irgendwas nicht richtig. Ich dachte, die Soldaten sind da, um die Bauern zu beschützen. Das sollte man meinen. Aber nicht so in dieser Welt. Oh. Ich hab den... Warum desertiere ich den? Ja, easy Bauernkill gemacht, ne? Easy. Ich hab nem Bauern meine Heugabel in den Kopf gebrochen. Nach versehen. Ähm. Lauf, ihr Narren! war es für heute wir haben jetzt knapp zwei stunden gezockt inklusive tutorial ja morgen wir sehen uns in der nächsten folge von entweder hand loll rock league was auch immer wieder bis dahin